So, da sind wir wieder Ihr habt das jetzt zwar nicht so gemerkt Aber wir Wir haben jetzt gerade nochmal ein bisschen Ich glaube, das war dein Handy Ja, das mag sein Ein bisschen länger gesucht Hat wirklich jetzt extrem lange gedauert Und wir haben es gerade durch einen ganz, ganz dummen Zufall gefunden Da Was, in vierer Pistera Scheiße Jetzt haben wir das Ding auch auf und ich will weiter Das ist echt, also, der Hammer Da hätte ich nie nachgeguckt Och, verdammt, ey Warum bist du da nach oben? Wir haben natürlich die Zeiten mit den Pindchen so lange pausiert Also sprich jetzt gleich Achso, Moment, da lang Ich würde sagen Wir sind die Kings Wir haben nur 40 Minuten gebraucht Go to the next island Was ist denn the next island? Wahrscheinlich so wieder in so einem So Ach, die Insel haben wir jetzt Dann müssen wir jetzt hier zum nächsten Ich würde sagen, da genehmigen wir uns auch unser Pindchen Weil es war vorhin kurz vor Pindchenzeit Der Kampf ist da vorne Zurück Ja, ich weiß So Okay Gut Cheers Ach Acht Minuten laufen Wenn der Körper schon nicht mehr will, ne Da oben ist eins, aber da brauchen wir schon mal noch Leitern für Also erstmal unten suchen Öffnen wir die Kiste Ne, die darf ich nämlich auch mal Boah, Alter, brennt das im Hals Erstmal was Normales Oh, tut das gut Oh Oh Ja Ja Ja, es spielt drüber weiter Ich mach dir das Ding schon mal voll Also, wir nehmen jetzt lang Äh, da vorne sind wir raus Genau So Ähm Alter Hier kamen wir jetzt gerade hier auf Meine Stimme geht langsam weg Müssen wir mal hier so ein bisschen suchen Also scheint hier wirklich nur um äh Laternen So Oh, da im Wasser war schon eine Scheint hier wirklich nur um Hallo Hello Also hallo Mutter Mensch Ich bin wirklich hungrig Äh, kannst du mir ein bisschen was äh Zu essen Holen Äh, hol Wir nehmen den Stock und äh Holen wir was Müssen wir jetzt mal gucken Also diese blöde Elfen-Tussi hier will was zu essen haben Schön, ich auch, aber Vielleicht geht sie weg, wenn wir unser Zauber-Unspruch aufsagen Boom, bitch, get out of the way Äh, wäre ein Versuch wert Können wir nicht die einfach abbauen? Wäre ich auch für So, dann gehen wir mal wieder Ah, hier, ah, hier können wir essen Für die Bitch holen Soll jetzt nicht Frauen beleidigend sein, ne? Wir leben ja in einer zivilisierten Gesellschaft Da oben ist die letzte Laterne Wofür die ich später wieder nicht finden So Jetzt müssen wir der netten Dame Natürlich wieder was zu essen Und boah, ich liebe diese Kopfhörer gerade So, äh Genau, wir haben hier was zu essen geholt Das müssen wir hier natürlich auch noch bringen Wir sind ja wahre Gentleman Ich bin ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, wo die war Glaub ich schon Dann mussten wir hier rum Die gibt uns wahrscheinlich gleich den Schlüssel Ah, fängt er wieder hin Ah, sag ich ja, hier, hier ist so ein Portsookie Hätte die uns nicht einfach noch ein paar Laternen geben können? Die hat uns eigentlich Ja, eine! Zack Fehlen noch vier, oder? Oh Setzen dort ja nicht rein Sonst kannst du gleich wieder nicht abbauen Das wär geil Guck mal hier, hier ist ne Later entstanden Jetzt wird noch viel Du hast noch eine im Inventar Also wir brauchen noch drei Guck mal, da ist noch so ein Mensch Hallo kleiner Pilzbeintyp Hast du ein bisschen Speed? Oder Jump? No wait, I have Jump Also ich soll warten, sie hat Springe Nein, nein, sie hat Speed Möchtest du was? Hier ist ein Geheimnis Kaninchenhöhlen-Dings Du sollst ein paar töten Dann gibt's schon Und die Füße abschneiden Und ihr geben Dann bekomme ich Sprungkraft Wofür brauche ich Sprungkraft? Ich weiß es nicht Zum Springen Ach guck mal Das ist die geheime Kaninchenhöhle Da haben wir schon mal noch so ein Ding Es fehlen also noch zwei Dann macht die Viecher mal platt Natürlich, wir müssen das natürlich so platt machen Ich denke mal eine wird reichen Wenn nicht, soll sie leise weinen gehen Aber das finde ich jetzt schon ein bisschen interessanter Wenn man so ein paar Aufgaben hat und nicht nur doof suchen muss Das ist sehr traurig, dass ich einen Hasen getötet habe Die hat mich nämlich verarscht Jetzt habe ich hier so einen Sprungtank Wie lang hält der? Das weiß ich nicht 3 Minuten, so 30 Sekunden war so Ja, das heißt wir müssen den ersten Ort finden, wo wir das auch brauchen Oh, hier zum Beispiel So, wir brauchen noch zwei Zwei Stück fehlen uns noch Also wir haben hier noch so ein Fahnen, den wir nicht wegschmeißen dürfen Äh, und wir haben halt noch hier so ein Geh mal nach oben, da war doch hinter diesem Bunny-Ding Unten denke ich werde nichts mehr sein, haben wir erst mal Ich weiß nicht, wir müssen schauen, dass wir halt was finden, wo wir uns Hier sehe ich keiner, und du? Nee Und wir kommen nicht rein Nicht mehr dahinter, war doch da oben Der Durchgang Das war ja dort dahin, nicht den Ding verwenden Yay, da haben wir noch einen So, einen fehlt noch, und dafür brauchen wir wahrscheinlich die Sprungkraft Ob wo, ist die Frage Tja War unten noch irgendwas Ich weiß es nicht, lass uns gleich in Ruhe gucken Nee, dann nicht Oh Ja, das ist jetzt toll Das ist ja mal richtig cool Wir lieben Minecraft Bugs Herzlich willkommen zu einer neuen Saison So, also wir brauchen noch irgendwo für so richtig fett Sprungkraft 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 Gut, dass wir es noch nicht eingesetzt haben Gut, dass wir es noch nicht eingesetzt haben Warte mal, da geht's runter Da geht's in diese Paninchen So, ich such mir die noch mal kurz ab So, ich such mir die noch mal kurz ab Ne, hier ist auch nichts Und da hinten war auch gar nichts mehr, oder? Das ist wieder der letzte, ne? Ja, ich such halt gerade, wo wir hochspringen könnten Und der wird wahrscheinlich irgendwo einfach nur ne Decke stehen Glaube ich auch, aber die Frage ist hier unten Oder hier oben, oder unten? Ich glaube, ich muss langsam eingießen, oder? Oh, scheiße Hast du den Teil mal vergessen? Naja, ne, er läuft, aber die Zeit ist nicht mehr so hoch Die Pinnchen werden immer kleiner Ich verzweifle gerade ein bisschen Schon wieder Ich werde jetzt sicherlich wieder noch ein bisschen suchen müssen aufs Trink Das tun wir doch schon Ne Also ohne Aufnahmen Ne, in der Klemmschneude Och, nö Du hörst du das? Also wir haben noch diesen Fahnen Das ist die Frage, was das Ding kann Wir haben Fahnen und Sprungkraft Überleg, denk, denk bei so'n Denk-Schnops So langsam klinkt er nicht mehr so gut zu schmecken Ich glaube, ich mach uns vielleicht mal ein bisschen Mezzo-Mix dazwischen Wir können doch auch den Alkohol-Mezzo-Mix dazwischen Dann schmeckt er uns wenigstens besser Pack dir mal dahin, das sieht echt auffällig aus Ne, ne, geht nicht Richtig Guck mal, da Ah, guck mal Easy Ich sag schon, der Denk-Schnops hilft, Alter Nächste Klassenarbeit erstmal rausholen Abiklausur Ne, da brauchst du nen schönen Bourbon für Ah Zolle Leute, wenn sie sich genau achten, sind aber ich vergesse manchmal so ein paar Sekunden zu starten Setz dich nicht daneben Das war aber einfacher als das Letzte Das war aber auch nicht so Das war aber auch nicht ٰ Vielen Dank.